Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Fatiga. Ach, guck mal. Mahmoud hat Gurken geholt für die Tiere. Ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute gibt es ganz viele Gurken, aber nicht für euch. Ne? Wir haben ja Kaninchen. Jetzt. Oh, ist das schön frisch hier. In der Bude ist es heiß. Ich habe schon alle Türen auf. Ich habe meine Arbaya endlich gekürzt. Also selber abgeschnitten. Kurz Zeit für Schneiderin. Da ist der Hahn jetzt. Nicht so dekorativ, aber besser als nichts. Erstmal da, bis er es... Sag mal, Prinz. Prinzess! Hör auf! Hier ist der Prinz. So. Na? Hä, wo sind die Ziggis? Guck mal, da liegen schon die Gurken. Ja, komm. Mach mal Tür zu. Fettig. Wer es nicht reingeschafft hat, hat Pech. Ja, guten Morgen. Willst du eine Gurke? Komm. Zeig mal. Ne, gell? Wieso nicht? Ah, der will. Eine kleine Gurke. Jetzt haben wir so viele. Guck. Au! Jetzt haben wir Paris. Ja, ich habe die schon aufgemacht, die Leckerlis. Die riecht eher, gell? Weil wenn ich die hier aufmache, so beißen die mir die Finger. Das ist ganz übel. So. Guck hier. Machen wir hier. Es regnet Leckerlis. Guck mal. Du auch. Kriegst auch. Komm, Lottie. Ui. Nimm's. Also, nee, das geht nicht. Ich habe hier noch in der Hand. Und, ja, 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 also, Kinas, Kinas, Kinas. Das sind die anderen Leckerlis. Guck mal diese. Hier. Kriegst du auch. Komm. Lottie. Hier. Aua. Guck mal, anderthalb kriegst du. Ja. Aua, habe ich mich jetzt geschnitten. So. Hier. Gobi. Upsala. Guck mal hier, was hier los ist. Der Gobi, der macht mich fertig. Komm raus, Gobi. Du machst hier nur Schrott. Wirklich, das ist nicht mehr schön. Ja. Leckerli. Tschiki, 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 tschiki. Jeder darf noch rein. So. Haben wir sonst noch was? Hier ist noch was versteckt. Das kriegt die Lea. Nee, der Prinz. Komm. Ja. Guck mal. Die Meute. Wer fehlt? Der Bambi. Na ja, klar. Bambi. Heide, nein. Okay. Jetzt gehen wir mal. Cooler Leid habe ich auch dabei, gell? Im frühen Morgen. Braucht die Cola Leid, das Weib. Komm, wir machen auf. Die Männchen können draußen. Hallöchen. Ja, la barra. Habt ihr Babys gemacht? Neu. Ihr seid doch. Also, wir mal probieren. Guck doch mal. Noch mal durchgucken. Lamina ist jetzt in Deutschland. In Luxor. Wenn die nicht schwanger sind, kannst du es erholen. Voll easy. Also, probieren wir mal. Ich teste mal. Gute Nachrichten. Ja, nee. Wegen Fausi, der ist da oben. Das ist jeden Morgen. An eine andere Stelle mache ich ihn, dass er alle Trauben findet und pflückt. Aber Bambi, der ist gar nicht bei den Nachbarn immer. Der ist bei der Oma. Ich habe ihr nämlich gerade geholfen, so ihren Brotteig von der Küche ins Wohnzimmer zu bringen. Und auf einmal kommt der Bambi aus ihrem Zimmer raus und ich so, hä, schläft der bei dir? Ja, immer. Ach so. Ja, die Nachbarn sagen, der ist bei ihr. Der Bambi ist dort. Also, der Bambi kommt doch zu uns wieder. Also, er ist nicht weit weg. Alhamdulillah. Ich habe mir schon so Sorgen gemacht. So alle Tiere versorgt. Also, die drei hier, weiß ich nicht. Irgendwas spüre ich, aber auch nicht. Ach, ich glaube, die sind nicht schwanger. Aber irgendwas ist, vielleicht ist das auch Kacka, wo ich spüre, gell? Tja. Ja. Wir warten trotzdem noch eine Woche ab, gell? Und dann kann die Amina kommen, gell? So sieht es aus. Mendi. Ne. Donnereier, ja, ja, ja. Ihr seht euch aber auch alle so ähnlich, gell? Das ist die Mandy. Ja. Guckt Leute, ich bin nur kurz rein, habe geduscht, mich umgezogen, habe jetzt Futter geholt für nochmal die Affen, datteln und so und die schreien rum, als ob, als ob ich nie da war, Hunger. Gell? Gell? Ja. Die rufen mich, habe ich wieder da. Also, ich habe die, was habe ich das erzählt? Ich weiß schon nicht mehr. Ich habe den Esel und die Kuh gestriegelt. Ich habe hier die Schildis rein. Na, hier wird sich ja wohl keiner hertrauen. Jetzt wird der Fausik holt. Den Fett, die habe ich schön abgestriegelt, haben die das genossen, gell, Heidi? Hier habe ich jetzt die Bürste noch. Stati. Ich habe mir zwei neue gekauft, weil die kann man ja nicht mehr benutzen. Das Ei muss ja auch noch reintun und dann gehe ich schlafen. Essen habe ich noch. Spaghetti. Und heute Abend, heute ist der Junis, Leute, bitte nicht gratulieren. Im Kommentaren oder so, müsst ihr nicht machen. Heute ist der Junis acht Jahre. Wir feiern nichts. Super. Hast du das Wasser ausgeschüttet? Wir feiern nichts. Ja. Wir gehen essen. Pizza. Unsere Lieblingspizza. Ja, das machen wir. Und bestellt schon einen Tisch. Ich rufe da an und sage, die sollen das schon machen, dass wir, keine Ahnung, so Punkt sieben uns vollfressen. Und Eis. Und da, weil dann musst du wieder eine Stunde warten auf die Pizza. Und dann hockst du auf dem Tisch rum. Das ist ja blöd. Komm, Fausel. Habt ihr die Gurken alles schon weg? Heidenei. So. Willst du auch Buxomat? Komm. Hier, fang. Dann hast du zwei. Gut. Und die Ballach. Viel Spaß. Mama geht. Gestern war ich auf dem Laufband. 16 Minuten, Stufe 4. Aber ich habe angefangen mit Stufe 3. Dann bei 4. Ich glaube, 4.4. Das Schnellste. Und dann wieder langsam runter. Ja. Dann habe ich den ganzen Körper geschwitzt. Aber das Herz auf 180, alles. Gell, 150. Das soll man ja so lassen. Sagt die Ärztin. Man soll seinen Puls immer bis auf 180 bringen. Was ist jetzt los? Oder, nee, nix. 100, 8, 150. Schnelles Gehen. Ja, habe ich gemacht. Und es griff gut. Jetzt hier gucken. Hier sind die ganzen Federn. Seht ihr? Alle geschnitten. Und du. Es sind laut ihrer Sprache. Einer macht immer Wuh, Wuh. Das ist der Mann. Und die mit den hohen Stimmen. Hier an der Wand. Die sind alles für Mädels. Und der Schwarze, der Hässliche, das ist der Mann. So habe ich das Gefühl. Oder sind das alles? Na, also der Schwarze ist definitiv ein Mann. Der macht richtig tiefe Stimme. Und die anderen hohe Stimme. Als ich sie gefangen habe. Gell? Ja. Und dann hätte man einen Mann und vier Mädels. Ist auch gut. Wollt gar nicht so viel. Gell, Kuschi? Komm, lass dich mal durch. Komm, Respekt. Zeig Respekt. Dankeschön. Gehen wir mal hinten umher. Hier habe ich bei den Vögeln gar nicht reingeklotzt. Wird schon alles in Ordnung sein. Gell? Ihr fresst schön das Grün. Schön alles abknabbern. Persim. Lia. Ja. Ja. Ach so, hier waren bei den Nymphensittichen acht Eier. Ich habe zwei raus. Die kaputt sind. Hat natürlich Pause bekommen. Gell? Hat sich gefreut. Dann gehe ich jetzt rein schlafen. bis ich fit bin für heute Abend. Was ist da los? Sprite. Wer hat denn die wieder reingebracht? Halt und nein. Ich nicht. Ich auch nicht. Lia, pass auf. Also, bis später, Peter. Zeigen wir euch, wie wir heute Pizza essen gehen. So, mitten in der Stadt nach einem Live-Video. Guck mal hier. Das Fenster geht nicht zu. Was hupt denn der da? Ganze Leute. Was ist heute? Komm mal. Freitag. Gehen alle einkaufen. Einen Tag vor der Schule. Ah ja, die müssen noch die letzten Sachen besorgen. Koko und Nafisi, die waren heute auch mit dem Motorrad, mit dem Vater in der Stadt. Die haben sich Ding besorgt. Die hatten noch Schuhe zu kaufen für die Koko. Haben sie gemerkt, die hat keine. Das ist auf der letzte Drücker. So, morgen geht es nämlich los. Und, wie läuft es mit der Brill? Mausi, wie geht es? Gut, gut. We cannot close the window. I don't know. Last time it was the same in Bitek. Ich habe 20 Minuten da rum gemacht. Then Mausi was standing outside and waiting. And then we come back. I open it and it's working. It was like a contact problem. War ein Kontaktproblem hier irgendwie. Elektronik. Keine Ahnung. Das geht gar nicht auf. Probier. Das geht nicht mal runter. Nee, nix. Hier geht nix. Alles. Jetzt haben wir Pizza bestellt. Junis will nicht im Restaurant essen. Er will gleich zum Spielplatz. Halt. Oh, ich dachte gerade, wir fährt in uns rein. Oh, die Kinder. Vor der Schule noch überfahren. Schulgeld gespart. Haha, nee. Spaß. Hier gehen wir mal kurz rein und gucken nach Air Condition. Ganz kurz. Mausi, ihr bleibt da. Du kannst doch vor das Auto gehen. Wir wollten uns nur nach Air Condition umgucken. Wir müssen eine Klimaanlage kaufen. Solange wir die Pizza fertig machen. Dann gehen wir zum Spielplatz. What? Maschallah. Ihr könnt alle kommen jetzt. Dann komm. Ayoa. Parking wrong. One second, Mahmoud. Five minutes. I will speak. The boss. The police. Aber, komm. Geh rein. Anderthalb. Hosan. Komm, geh hoch. Wie kommt das? Das ist eine Box. Ah, nee. Das ist ein cooles Ding. Guck. Super. Schön. Oh, hier kommen wir mit so einem Boss. Guck, Mama, schau Allah. Das ganze Ding von oben. Was brauche ich? Ich brauche nichts. So ein Fleischwolf neu. Früher, wo ich gekommen bin. Ja, ich mache Wurst. Ich habe alles daheim. Ich habe keinen Bock. Das ist die Schilddrüse. Und weißt du, was ich brauche? So einen ganz großen Topf, wo ich einen ganzen Trothahn reintun kann. Will ich mal gucken, was das kostet. Ich brauche mehr große Töpfe. Guck mal her. Mikrowelle können wir auch eine neue. Die ist auch schon zehn Jahre alt, die Mikro. Aber funktioniert noch. Trotzdem. Bisschen Strom sparender, neue Modelle. Ne? Was glotzt ihr? Hier. Ja, das gibt so Horrorfilme. Die verstecken die Leichen dann in der Tiefkultruhe, damit die Polizei die nicht fit und dann stinkt es auch nicht. Verstehst du? Die sind dann jahrelang eingesperrt in der Gefriertruhe. Die Leichen, die Toten. Wie sie gucken, die Kinder. Und das ist auch so eine Waschmaschine, eine ägyptische. Guck, machst du auf. Geht gar nicht auf, doch. Und da kannst du dann 20 Kilo reinpacken. Wie viel Kilo ist das? Was steht da drauf? Zeig mal. Steht nichts. Das ist eine kleine Gefriertruhe. Ist auch süß. Ist das hässlich. Bestimmt Kiriase, oder? Welche Marke ich sehe gar nicht. Das ist potthäßlich. Guck mal, was steht da auf Arabisch. Die Marke eher. Die Technogas. Technogas. Ich habe das noch nie gehört. Oh, hallo, hallo. Barito. Was? Barito. Hallo, hallo, hallo. Aber brauchen wir Alice nicht. Sieh, Polizei ist gekommen. Wir waren gerade drin und Hamdala habe ich raus aus dem Fenster und der ist gerade zum Auto gelaufen. Und ich komme so Oh, I'm sorry, I will drive Alatul away. He say, Achalas, ciao. Du hast immer Glück mit dem Englisch, gell? Leave me alone. Mach Mut. Mach da voll den Macker bei der Air Condition. Ich so, sag mal, der lässt sich der Air Condition sagen für 12.000 Pfund und das, das ist ein super Air Condition. Dann gucke ich rüber. Sag mal, Mahmut, sag was, dass der was für 8.000, 9.000 raus sucht. Dann sagt er, sag mal, ruhig, er will das erst mal so abchecken. Sag mal, das ist doch Zeitverschwendung. Der glotzt für uns ja, der glotzt für uns für 12.000 Pfund. Das kauft man niemals. Maschi, ja, komm, mach Platz, Kerle. Die tun mir alles, sagen, fahr doch, fahr doch, wo soll ich denn hinfahren, wenn der Motorradfahrer da steht. Jetzt muss ich hier ums Karree fahren und meinen Mann abholen. Der lässt sich da wie so ein Bäscher, als ob wir 12.000 Pfund hätten, gell, Junis? Ich so, was? Wo holst du als was denn, mehr Mann? Der könnte teure Sachen da aussuchen. Das würden wir uns niemals kaufen, eine Klimaanlage für 12.000. 21.000. Ja, wir müssen so 8.000, 9.000 mit Heizung aber. Weißt du? Aber die Noda ist ohne Heizung. Ja, aber das war voll kalt. Ah ja, klar. Die braucht es, die hat jahrelang gelebt bei der Oma ohne Klima, in der Hitze. Kannst du dir vorstellen. Die hat sich immer geduscht und dann wieder hingelegt bei der Oma. Dann geholt. Jalla. Boy. Guck mal, jetzt fährt er wieder. Ja. Also, das ist alles so teuer, weil der Mahmoud in Wert heißt das neue, die neuen Klimadinger. In Wert. Das ist stromsparend. Da zahlt man nur die Hälfte am Strom, was man... Oh, ist das heiß. Ui, 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 ui. Ups. Und natürlich, was hast du zahlt? 2.100. 180 Pfund 3 Pizza. Und natürlich isst er wieder keine. Er hat keinen Hunger. Ah, Mahmoud, Mahmoud. Eder, ja, Mahmoud. Ja, Roffel, macht a playground. In this area, where is the... You know. Na gut. Dann gehen wir dann spielen, ein bisschen, gell? Auf so einen Karussellspielplatz, keine Ahnung, so rutschen. Was ist das neu? Was ist vor einem Jahr 2? I don't know. Wir sind... Der weiß, der Mahmoud. Und kriegt Fanta. Maya. Maya hat er schon gekauft. Und Cola. Hey, wir haben, wir sind Maya schon täglich gesucht. Und nicht gespuckt. Alles gut mit der Brille, sieh? Mousi, wir brauchen wirklich deine ehrliche Meinung. Und nicht schämen mit der Brille und dann spucken. Das bringt uns allen nix. Ich mag keine Brille tragen. Ich mag das Gefühl nicht. Okay, Mousi. Aber ist doch... Hier ist es. Aber es ist doch besser, das Gefühl, kurz die Brille an zu in 10 Minuten und nicht spucken müssen oder Kopfschmerzen zu haben. Ich verstehe das nicht. Das ist immer... Hier, gehen wir nach. Wie cool. Wie cool. Aber nur, weil du da... Weil du lieb warst. Ja. Wenn du... Okay, yalla. Und erst mal die Pizza jetzt im Auto. Und dann, dass die Fliegen da drauf kommen. Na? Bon Appetit. Bip, bip, bip. Wir haben uns alle lieb. Sowieso. Forever and ever. Heart, heart. No heart. Die ist schon wieder Teenager, wieder voll zickig. Guten Appetit. Rutsig, Rutsig ist am Start. Rutsig, Rutsig. Michael Jackson. Brrrr. 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 Geh mal. Weißt du, jetzt, ich hab den Namen die Autos zu fahren hier. Boxauto? Ja. Ah, wie Boxauto machen. Wo es gesessen ist, bin ich schon alleine gefahren. Baba, mit Jesus. Das ist Baba voll gegen mich und mein Kopf ist gegen das und war alles voll. Oh nein. Ah, Zuckerwatte gibt's auch. Super. Yalla. Oh, Das ist alles voll Hilfe. Also Mahmoud hat jetzt erstmal die ganzen Tickets gekauft. Für jedes eins. But you bring just one? Yeah. For two children. I want one. One card is two children. You want to drive? Ach so, what is this now? It's for two for both. Ach so, I will not drive. Or I sit beside. I sit, nein, I sit beside you. You can drive? And you sit beside Younes. Hei, hei, hei. Hier geht's ab Lloyd. Also die Kinder fahren jetzt und wir sitzen daneben. Ah. Ich sitze mich da rein. Komm. Sie sind heute Beifahrer. Ich bin Beifahrer. Aber pass auf, gell? Was ist da? Doch, es geht. Rück drauf. Ich mach das. Mach, mach, mach. Mach los. Der Kerle. Der Kerle mäßt mich durch. Rück, aus. Ah, bitte die Äschte. Oh, mausi. Hey, der Leif. Das bobs. Jetzt stecken wir fest. Na, fahr nicht in die Frauen rein, bitte nicht. Aua, mein Knie. Sag mal, wir müssen noch zum Arzt dann. Oh, ich muss mein Knie festhalten, voll dagegen Bums. Ey, die lacht. Also, nee. Und immer die, gell? Der Junis, der freut sich. War schön, Mausi. Schnell, fahr rüber zu den Kerlen da. Und jetzt, voll nein, voll nein. Uah, uah, uah. Oh, das andere Knie jetzt. Jetzt kann ich mir beide Knie festhalten. Aua, aua, alloi, das tut weh. Das gibt's doch nicht, die muss so machen. Alamchales, er ist ein Doktor. Was muss das fahr? Aua, Mausi, du. Warum fährt denn der jetzt? Schukran, er ist ein Arfen, Arfen. Sieb. Sag mal, der will doch selber fahren. Ja, mehr in's halt. Ich mach jetzt meine Füße so. Ey, natürlich, ich hab... Das hat... Au! Das hat so weh getan. Both legs hurting now. Eieieieiei. Und das alles ohne Alkohol. Let me alone. Der hier, der ist schuld. Der ist voll und ins Reingedonnert. Der kommen die Folk. Woha! Eieieieiiee. Eieieiiei. Au! Au! Waha! Nimm dein... Da kommt die... Da kommt die... Fährst du rückwärts? Ja, wie geht denn das rückwärts? Gibt's doch nur Gas, oder? Ja, ich lach. Man muss nur drehen rein. Dann geht's rückwärts und färbeln. Ja, krass. Hier sind sie, die Kerle. Ah, die sind ja, ich schütze uns nicht. Schnell rein in die! Fahr rein! Jetzt sind wir fertig, wir haben es doch geschafft. Hier geht's ab. Der Baba fährt mit. Eieiei! Toll den Knie auch. Ey, Leute, erst hier gedonnert und dann mit dem beide Knie malatt. Ja, fahr rein! Au, voll rein! Das geht aber lang, du! Wir haben Füß, das kostet. Wir bezahlen Geld, dass wir uns angebokst werden, von Denny. Und alle boxten und lachen voll, oder? Boxen wir oben in die Leier, Leier, ah! Au, der schlägt mich! Wir fahren in die Leier! Acht! Ver Gloria! andy La sind! Kurzer Junde,א�me! Ja, wer schützt du! Wir kommen jetzt nur auf dem Weg raus. Wie lange nicht sehen die Leier der Gerpres, Ja, Papa, Papa. It's long. Ja, Papa, Papa. Da sind sie. Ups. Fertig? Alhamdulillah. Ja, du bist. Lachalas. I stand it. And I read you. Lachalas. You play two games? Das spricht Englisch. Nein, wir spielen nicht noch mal. Hilf dir, Dame, Prinzessin. Die alte Frau muss raus. War cool, hä? Also, weiter geht's. Die fährt auch mit. Legige, was? Mach doch richtig zu. Wie, das geht nicht. Oh, aha. Da kann nichts passieren. Mahmoud. We drive together? Ja, machalas. You are afraid? Ja, teke. When this woman can drive, we can also drive. You have to drive alone. Falas. Too heavy. I don't need a loan. It's supposed to be gone. Ah, two. You take one and one. Ah, Falas. Okay. Ja, Leute. Es gibt's halt in Ägypten. Fällt und solche Sachen. Deswegen fällt's meinen Kindern. In Deutschland wird keiner mit acht so was fahren, oder? Schreibt mir in die Kommentare. Und die Amina mit zwölf schon zehnmal nicht. Ne, aber die ist halt mitgefahren wegen Junis. Ist gut, Amina? Ist gut? Hä? Alle, wenn du gar nicht in Ruhe hauen. Amina, ist gut? Wird ihr schlecht? Ich habe Angst. Ach was. Die hat Angst, die Amina. Ja, hält dich auch bei den Ägypter. Hast du echt Angst? Ja. Ach was. Halas? Es ist Ipfel, Ipfel. Hey, Finn, Dolly. Hey, Finn. Ja? You opened the door. They want out, Mahmoud. No, no, no. Lass mal hier, es lohde. Wollt ihr raus? Sag mal, das ist doch Kindergarten. Gut. Your blood, your son, leave me alone. Only bullshit in the head. Oh, man. Oh, man. Oh, man. So, so sieht das Ganze von oben aus. Wir kommen jetzt wieder runter. Da sitzen die Verrückten. Hand in Hand, Eiei, Eiei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Na, gefällt es dir, Junis? Nein? Ja. Setzen Sie sich hin. Na, wie ist dein Geburtstag? Voll cool. Das ist immer wieder. Ja, so sieht es. Und unser, also, jetzt liegt das andere Zeugnis. Also, das ist voll hoch. Junis, nein, so kippt's, so kippt's. Setz dich hier hin. So kippt's. Ah, guck mal. Na, rief. Und dafür zahlen wir Geld. Du sagst, er soll es runter machen. Da guck doch kurz da, ob das unten ist, weisch? Oh, Junis, I'm so quiet. Halt dich gut fest. Leave me alone. Eieieiei. Soll ich die Brille holen? Ja. Ah, wir müssen abchecken. Check. Ah. Check. Ah. Ah. Ach, was. Check. Hol ich die Brille? Ja. Ich bin die Brille. Jalla. Guck mal, die Lea ist auch da. Lea ist gekommen. Guck, die ist auch in der Hamadi. Lea. Die will auch Geburtstag feiern. Lea. Ha. Jetzt reicht's aber. Du, ich hab mir deinen Stuhl hingetan. Hab mit den Kindern so geschäkert. Und wollte mich wieder hinsetzen. Elhamdulillah, hab ich mich zurückgetrennt. Der Stuhl war weg. Ich hätte mir voll auf, ich wäre voll auf den Popo gefallen. Na, haben die mir einfach den Stuhl geklaut, während ich da glotz. Stellt euch. Fühlt die Katze, hat gar keine Angst. Nix. Ah, doch jetzt. Ah, doch jetzt. Doch jetzt. Doch jetzt. Ja. Ich hab zu meinem Mann gesagt, wir waren die Ersten hier. Hab ich gesagt, komm, zahl doch. Nee, wir haben doch Zeit. Die sind eh noch am Fahren. Und, ja. Dann hat die Wink. Mein Mann sagt, nee, wir zahlen. Ich zahl dann. Sag mal, zahl doch. Dann hast du weg. Und dann sind wir die Letzten, die zahlen. Und dann zahlt er noch mit einem großen Schein. Alle warten auf meinen Mann, bis der gewechselt hat und sein Rückgeld bekommt. Und dann geht's erst los. Gell, Mahmoud? Ja. I tell the story that you don't want to paint all the waiting for your Fakka. You was the first. He wants to bring the Karte before he starts. For all. Ah, yeah. You can pay the money, Obas. Also, nee. Never you listen. Guck mal, der kleine vorzuh. Masha Allah. Der muss hier arbeiten, der kleine. Guck mal, die fährt auch allein mit dem Niqab, sisch? Alle hin Spaß. Für die. Mit uns war's besser, weil wir sind ja immer gegenseitig reingefahren. Die trauen sich nicht so in die Fremden reinzufahren. Guck, die sind schichtern. Guck. Guck mal, box alle. Und fertig. so Leute, das war es mit dem Video Besser wird es nicht, bis die Tage mache ich lehme So meine Lieben, ich sage nochmal persönlich tschüss Es war mir eine Freude, dass ihr dabei sein durftet Jeder kriegt noch was zum trinken und dann geht es Heime Die Stadt ist voll und ich bin müde nach dem Essen Und jetzt haben wir Ischa, keine Zeit mehr War es gut Mausi? Ja super Super, und Yunus? Richtig Richtig gut, das Boxauto hat immer am besten gefallen Die hat ihn dreimal gefahren Mahmoud, achso, hat es dir gefahren? Hat es dir gefallen Mahmoud? Kosting Kosting, deswegen I don't ask you Dieser Mann Also Always I'm not asking Was macht er denn jetzt? Hä? Halt er den Musea vielleicht? Ohne was zu sagen Er bleibt stehen und lässt uns sitzen Erinnere ihn, wenn er kommt, den Musea Mückenschutzgitter Also tschüssle Leute Massele Boi boi Bis morgen Mal sehen was wir morgen wieder treiben Muss mich erholen von dem Stress heute Mach mal Licht an, man sieht ja gar nichts So eigentlich die Boxauto Vorne, super Mir hat es am besten gefallen, also Ich glaube ihr hattet links Ihr hattet mehr Spaß als wir mitgefahren sind, glaube ich, oder? Ja Weil ihr habt nicht so krass gelacht und habt euch geschämt, fremde Leute anzuboxen, habe ich gesehen Ja Wir haben sie die ganze Zeit so gemacht, das Lenktrad Ich war voll blöd Achso, weil als wir gefahren sind, haben wir nur gelacht Weil als ihr gefahren seid, wart ihr ein bisschen ernster Als ihr weggegangen seid, ist die ganze Zeit ein Junge in uns reingefahren und hat gesagt Kannst ihr, hat zu uns gesagt Kannst du nicht, bist du blind, du Hund Dann sind wir in ihn reingefahren Dann hab ich zu ihm gesagt, selbst zu ihm Das hat er gesagt, bist du blind, du Hund Und dann sind wir nochmal in ihn reingefahren Und dann... Und dann hat er gesagt, mach mal die Augen auf Öfter Enoch Die Kinder, die verteidigen Wir sind nämlich zum Auto gegangen Ich hab Klimaanlage gebraucht bei der Hitze Also, Junis, du bist die ganze Zeit im Licht Du machst Licht an, aber du tust deinen Moschkopf Moschkopf, sagt der Schwab Ins Licht rein halten, dann sieht man nichts So, jetzt Dein hübscher Kopf Der Moschkopf Also jetzt, tschüss, lass mich los Oh, seh dich Hallo Bye Hallo, bye Du auch, hallo, bye Nee, na Bye Bye Ich bin der Rocke Trrrr Tschüss, ach Ei, 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 ei Ich bin der Rocke Trrrr Trrrr Ich mach aus, ich mach aus